So, play like a legend. Ah, let's play like a legend. Ach, gib auf Trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holston TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. Wo sind, wo sind Bubba überhaupt? Oder? Doch, wir spielen eigentlich immer noch gegen Bubba, oder? So, 13 von der Seite und rechts aber Wasser. Oh, da muss man schön aufpassen, ey. Ja, aber 13 sollte ja drücken, ne, eigentlich. Gut. Gut. So, wieder 13. 13. 13 Gegenwind. Jetzt machen wir eins. Eins Kraft dazu. Das ist ein blödes Juro-Ruckele. Ey, das ist ja. Aber dann bleibt auch liegen. Bitte. Das würde das auch Nutz, Nutz ließen können, diesen Sprung. Das war ja interessant. Interessante Variante. Hm. Versuchen wir mal. Ja. Da wirst du auch nicht genau ein, einen ganz anderen. Oh. Schade. Äh. Äh. just 3 ft. just 3 ft. Mmhm. 7 shots after that one. Ach so, ich muss ja, boah. Wow, we let the big dog eat on that one. Oh wow, they're thinking of going to this one. Oh wow, they're thinking of going to this one. Oh, wow. Ja, ich mach mal was schön. Aufpassen hier. Boah. 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 Ja, naja. Ja, da kommst ja nicht von Anfang aus gleich da hoch. Ja, da kommst ja nicht da hoch. Nicht da hoch. Nicht da hoch rollen. Und da runter auch nicht. eigentlich am besten überhaupt nicht mehr rollen reicht macht mich eine scheiß mensch schade ja ja tschö hoche den Putt retten wenigstens den Papp-Wappen hier läuft, gut. Seitenwind, so. Ich bin mit der 6-Iron hier. Ah. Oh, ein bisschen Shorty Baker hier. Das ist ein Shorty Baker hier. Das Shorty Baker ist phänomenal. Der Pass-Saver kommt für dieses Dauer. Unsere Arbeit hier ist fertig. Lass uns zur nächsten Hau. Und mit dem Hau hinter uns, sie kommen in der Lied mit Tiger Woods in 2. Platz. Zwei Haube zu gehen, Luke. Können sie aufhören? Wo ist denn hin? Achtung, in der Ecke. Ja. Seitenwind. Halt. Halt. Find this shot from around 120 yards. Doh. Bitti, bitti. Scheiße ey, ich bin noch herzkrank, mann, oh, schade, oh, hab ich mal gezeigt, aber so kann das jeder, kann ich okay, also lass ich zwei Meter, zwei Meter Abstand, lass ich, und dann, das muss ich üben, das muss ich immer wieder so mit den Einstellungen üben, mit der gleichen Herangehensweise, so meine ich. Oh, that's outstanding, you know, a great shot by Alina. Das war 104 Prozent. auch schon seine blöde kurve ich glaube hier gibt es nur blöde kurven bei dem loch wahnsinn was zaubern wir denn diesmal 1 2 2 1 2 das war doch nie eigentlich nie so es war einfach nur so dass ich dich daran kommen wenigstens und nicht von kacke beim letzten schlag einfach nur cool wahnsinn wieder für gemacht ich habe keine ahnung was wir müssen aber genau das war ja nicht das war nicht ganz drei und ich habe doch nur bis zum das war das schöne er sieht so schön aus auch den hatten wir schon mal einwandfrei aber das war schon mal schön schön meine ich inter auf ihr sehr interessant und emotional sehr emotional immer aber sonst würde es ja kein spaß machen nächste rivalen stufe ach die wieder nix titten ist nicht doch da sind sie doch titten ist so ach der sind ganz neu ja haben wir gerade bestimmt gut aber erst mal wir machen erst mal break und dann gucken wir mal aber ich vermute mal der reihe nach von links nach rechts dann werden wir sie ausschalten mal sehen unseren spaß mit haben oder umgedreht die mit uns und ihr auch tschau erst mal tschau tschau tschau